Was ist die Zeit, die Europa aufzuwachen und hier tätig zu werden? Afrika ist nicht nur ein Land, aus dem Flüchtlinge kommen. Das ist oft das Bild, das in Europa verbreitet wird, sondern es ist ein Land voller Chancen, voller junger Menschen, die hoch digitalisiert sind. Alle, die sagen, Afrika ist kein Land, ihr habt natürlich recht. In dem Moment habe ich an die Wochen gedacht, die ich in Afrika verbracht habe und da kam in meinen Sinn, was für ein schönes Land. Aber natürlich ist Afrika ein Kontinent und kein Land. Ich entschuldige mich ganz offiziell bei allen Geografen und freue mich schon auf Willkommen Österreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017